Die anderen Patienten sind noch da. Unsere Gesprächspartner suchen kaum sich einen Hund. Dr. Moreau? Ja? Ich werde die Verantwortung für meinen Fehler übernehmen. Sie wollen kündigen? Ich habe gestern Nacht lange überlegt und es ist die beste Lösung. Ah, ich nehme an, Sie wollen Ihre Assistenz in der Klinik Ihres Vaters weiterführen. Das könnte Ihnen so passen. In einer vergeigten Opialisten zu schmeißen, kommt nicht in die Tüte. Sie biegen Ihren Fehler wieder gerade und Sie assistieren bei dem nächsten Eingriff. Danach können Sie sich meinetwegen vom Acker machen.